Hallo und willkommen zu den Sport- und Spieltipps der Sportjugend Rheinland. Mit diesem Video möchte ich mich von euch verabschieden und mich für die positive Rückmeldung bedanken. Mich hat es sehr gefreut, in den Lockdown-Zeiten für Bewegungen bei Kindern und Jugendlichen zu sorgen. Das war's von mir und bleibt immer sportlich. Tschüss! Tschüss!